Hallo So Wir spielen jetzt Äh High-Turnier So So Das Spiel spielen wir jetzt Und ich hab da richtig Bock drauf Muss ich leider sagen Hmm 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 Was? 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 Was him? Was? I Hm? Hm? Ja, das Spiel geht halt so voran. Gucken wir mal, was wir verkaufen können. Das ist so cool mittlerweile geworden. Ich habe das letzte Mal gespielt, da gab es noch keine NPCs oder sowas. Ich habe das letzte Mal gespielt. Ich habe das letzte Mal gespielt. Ich habe die Goods, wenn du Geld hast. 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 So, als nächstes müssen wir auf jeden Fall einen Schmelzofen holen. Ich habe die Goods, wenn du Geld hast. Ich habe die Goods, wenn du Geld hast. 107. Ich habe die Goods, wenn du Geld hast. Ich habe die Goods, wenn du Geld hast. Wie viel kostet das denn? Ich bin 165 und brauche Wasser. Okay. Okay. Ich habe die Goods, wenn du Geld hast. 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 Was liegt noch? So, dann verkaufen wir das noch. Und holen uns eine Schmelzwurm. Und dann sollten wir ein bisschen mehr Profit bekommen. 24. Und gibt es hier keine Palette? Bauhammer. Okay. Oh. 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 Smelt-a-bar. So. Oh. Es gibt sogar eine Mission. Okay. 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 Ah. Use the bed. Okay, gucken wir doch mal oben ins Schloss rein Lebensmittel 200 weight gold bar Okay Okay, nice Oh Okay Kann man da auch eine Scale kaufen Okay, cool 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 Okay. Welche Stufe hat denn... Okay, Schaufel. I've only got these two machines, but you can make more at ISEL. Um schnell Erd wegzukommen oder Erdklumpen zu zerteilen, okay. 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 Und weiter geht's. Okay. 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 Alter Schwede Das ist ein bisschen hart viel Arbeit Das ist ein bisschen 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 So wollen wir mal gucken Der Hydrodrag ein bisschen Okay, da ist auch noch mal Stockmarket Oh, es gibt neue Fahrzeuge Hydroquart Zum Glätten des Bodens MK2 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 Okay, verschiedene Farben MK2 Okay, das ist Okay, das ist der Conveyor Nation. Zentralisierung, Edelsteinpolierer. Förderband links, Förderband rechts. Okay, Verschmelzer. Fancy Furniture. Nice. Wasserdruckmessgerät. Einsätze. Holztisch. Schmelzanlage. Ah, okay. Trichter. Okay, Magnet. Bauhammer. Edelsteinmeiße. Ah, Habieren. Scale. Okay. Aber gibt es keine Paletten mehr? No. Come have a gander. Oh, that house is mine. How could you? I reckon This one was meen before fabric got here. You won't find better prices than these. So, die Scale nehmen wir mit. Housing? Ah, 450. Okay. Bitte. Holzsäulensockel. Holzsäule. Nice. So, dann farmen wir mal 200 Gold. Schauen wir mal, was ein Schmiedehammer kostet. So, dann kommen wir mal in, was ein Schmiedehammer monate. So, dann kommen wir mal in. So, dann kommen wir mal in, was ein Schmiedehammer ist. Untertitelung des ZDF, 2020 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 So, und wenn wir jetzt... So, kriege ich da größere raus? Das wäre jetzt mal interessant, wenn ich die Erde von ganz unten nehme. So, und wenn wir jetzt die Erde von ganz unten nehmen, dann kann ich die Erde von ganz unten nehmen. Hm? 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 So, dann mal gucken. Okay. 89, alter Schwede. Kernstein erst, kann im Tiege mit einem Pangel oder Erdreppel. Okay. Hm? So, verkaufen wir die Sachen mal. Ups. So, jetzt ist interessant, wie teuer der Schmiedehammer ist und wie teuer der Amboss ist. Damit wir ein bisschen mehr Kohle bekommen. 86. Und... 105. 191, okay. Hm? Hm? love! Ich binあっ, ander. theyсли messаю, nur oder? In der ersten Ecken ist das ja auch einben continua also. J Essen! Aus und currentes auch voll und Abwechung. Wasp der Gegend ist... undhsin nicht. Aus,���ùng. Das war's für heute. Okay. 130 Und ich muss gleich ein neues Liquid holen. So, dann können wir jetzt hier bald weitermachen. Mit verbesserten Sachen. Hm? 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 So, ich hole mal eben Liquid. Hm? 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 So. Das war's für heute. Oh Vielen Dank. Okay. Okay. Oh, fehlt noch ein bisschen was. Oh, fehlt noch ein bisschen was. Oh, fehlt noch ein bisschen was. So, haben wir es jetzt geschafft? Yay. So, haben wir es geschafft? 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 So, wenn wir es geschafft haben? Aber das ist doch 200. Hmm. Moment. Moment. Hello. Was geht? You reckon you could get this for me? We'll do with some scrum. Huh. Oh. Okay. Jetzt. Okay. Okay. Und wie ist das DLC bis jetzt? Okay. 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 Und wo startet das DLC oder muss man erstmal weit genug spielen damit man das starten kann? Weil dann würde ich da auch direkt reingehen. Okay. 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 Dann probieren wir das doch gleich mal aus. Aber danke für die Idee. Okay. Mal gucken. Weil das Video von DLC sah echt geil aus. Da wollte ich das mal alles ausprobieren. Vielleicht kann man dann von da aus dann Sachen noch mitnehmen oder so. Hast du das mal überprüft? Hast du das mal überprüft? Das macht och naughty. Kann man dann den unterlagen bis zumfelde tick? Apa eins an? viens da aus. Auch. Post. Dann wird das kbait. Am talent meine Autorator Ein schöner drauf hin. Wo du bist du sch bestimmte tipos Lieber? �러 ich hombre. Du bist… Untertitelung des ZDF, 2020 Ah, okay Das hier ist alles neu für mich Oh, was ist das denn? Hydro-Mau, nur 12 Gramm von Löchern Ah, okay Keine Werkzeuge und kein Auto darf rauf fahren Und hattest du dein Gold in der Hand oder hattest du es auf den Boden gelegt? Ja, wahrscheinlich auf den Boden gelegt, ne? So Segel Ah, okay Ah, krass Da ist natürlich jetzt die große Frage Kannst du wieder was zurück mitnehmen? Ah, okay Ah, okay Ah, okay Ah, okay Ah Ah So you're the Hydro-Nir we've heard about Welcome to Volcalidus Things are a lot different here, but you'll get it There's no water sources, but there is lava-powered machines You'll progress far if you hope rebuild the town of Newglade, but until then the nearest jeweler is in this harbor I need you to take this to Dawnrest It's a dig site south of here that you can use Take the truck we've left next to this ship Okay 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 Okay. Ich habe keine Ahnung, was ich machen soll. Vielleicht da runter? Hilda, okay. Ich werde dich für ein Geld token. Huh? Cool. Ich habe mich nicht. Ich bin nur mit dir. See you at about. Du wirst nicht bessere Preise finden als diese. Neiße Region. Amen. Wo ist denn morgen? Ja. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Was ist das hier? Das war's für heute. 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 Can you give me a hand move in this package? Okay. Neue Lichtung. Okay. 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 Und man kann hier anscheinend Shops kaufen. Okay. 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 Ich brauche etwas Besonderes. Be careful mit Lava. Oh, das ist cool, dass man dann mit den Gewinnen und so weiter dann Häuser bauen kann. Okay. Museum und Dixite, okay. Stockmarket. Ah. Man kann hier Fossilien spenden. Nice. Bräuvel. Bräuvel. Okay. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Oh. Zerstört. Okay. 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 Amen. Okay. Okay. Okay, dann gucken wir jetzt mal hier. Okay. 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 Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Ich hab' keine Ahnung, was ich jetzt hier machen soll. 5.000, okay. Ah, okay. Dankeschön. Da werde ich dann gleich mal hinfahren. Ich wollte jetzt eben nach New Galant. Okay. 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 Cool, dass das funktioniert. Okay. 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 Das war's für heute. So, ich hab's irgendwie geschafft, das Auto in Hydronia ein bisschen auszubaggen. Irgendwo hier drinnen steckt ein Lava-Eimer. Und mit dem kann man irgendwie nicht weiterfahren, weil der feststeckt. Oh. So. Und da steht er. Und da steht er. Ups. Und da steht er. 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 Was ist das? Okay. Don't forget to put them in the box Okay Hey nice Oh Und jetzt kommt der Kaffee auf den Kaffee. Das war's für heute. Kann ich hier irgendwo verkaufen? Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Oh. Okay. Okay. Nice. Also kann ich hier die Händler selbst bauen. Okay. 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 Vielen Dank. 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 Oh. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Ach, ich kann... Ich kann... 1,5... Okay, der hat... 16... ... 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 Hey, my blood. ja ich sag dir bescheid aber ich glaube die kriegst du beim ersten shop oder so wenn du den freischaltest ja 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 Tja, tja, tja. Oh, oh, oh. Das war's für heute. 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 Ja, und ich glaube, am 5., also vor zwei Tagen, ist ein Update rausgekommen. Und, äh, das DLC, und deswegen wollte ich das mal wieder spielen, weil ich hab's auch vor Jahren mal gespielt. Und, äh, das war's für heute. Aber, äh, das war's für heute. Nice. Hi. Was geht? Okay. Was geht? Und? Und, und? 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 Hey, noch elf Dankeschön, die Bully Auch Grüße zurück in den Lurk Danke fürs rüberkommen Und ich wünsche auch einen schönen Sonntag Ich hoffe, der war Schön angenehm und Was habt ihr eigentlich gespielt? Oder habt ihr Videos geguckt? Oder habt ihr euch gespielt? Die Demo von Once... Die Beta von Once Human? Was ist denn Once Human? Hä? Und so... Ist das so eine Art Extraction Shooter? Ja... Mhm... Das sieht echt nice aus. Ah. Okay, nice. Und wie war's? Weil grafisch sieht das ja echt gut aus. Ja, gleich mal auf die Wishliste gepackt. Ist das Beste, was man machen kann mit solchen Spielen. Weil sonst, ich vergesse was sehr schnell. Aber das sah echt nice aus. Und wie war's? Ja, das sah棄ert zu sein. W cm2. W cm2. Ich will schon. Geh damit! W cm2. Ja, komm. Hmm. W cm2. W cm2. W cm2. Wollte ich gerade sagen und meistens ist es ja eher so cool ähm dass sie diese Betas gerne testen für wie die Server Performance ist oder 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 also free to play hört sich natürlich auch richtig nice natürlich an ist natürlich die frage wie die monetarisierung dann läuft ab 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 Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Ja, also Pay to win ist immer blöd Auf jeden Fall Alles mit Skins und so weiter Finde ich Relativ noch in Ordnung Aber Ja, irgendwie Muss das Spiel ja vorangehen Aber Dann dir guten Hunger und Viel Spaß noch Oh Gucken wir nochmal, ob wir noch ein bisschen was kaufen können. Gucken wir mal, ob wir noch ein bisschen was kaufen können. Gucken wir mal, ob wir noch ein bisschen was kaufen können. Gucken wir mal, ob wir noch ein bisschen was kaufen können. Gucken wir mal. 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 Gucken wir mal raus. Also das würde mich auch interessieren. Und Tronic, ich habe mir das gerade durchgeskippt. Ist das jetzt mit komplett Sky Islands? Gucken wir mal. Gucken wir mal. Gucken wir mal. Gucken wir mal. Oh. Gucken wir mal. Oh. Gucken wir mal. 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 Aber Sky Islands hört sich richtig nice an. Gucken wir mal. 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 Gucken wir mal ganz acesso. Gucken wir mal hau. W lady ... Paul. und dann da gut. Richard G tell. Oh auf hab ich den Sac500 inspires features. Ah, coole Idee. Danke für den Tipp auf jeden Fall. Dann werde ich das mal ausprobieren. Danke für den Tipp auf jeden Fall. 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 Oh Gott, oh Gott, oh Gott, das wird ja ewig dauern. Danke. 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 Dann kommen wir hier langsam voran. Oh. Nehmen wir jetzt mal das ganze Hartstein. Dann kommen wir hier. Dann kommen wir hier. Dann kommen wir hier. Okay. Wie funktioniert der hier? Oh. Okay, nice. Dann will ich gleich mal in die andere Stadt und da mal gucken. Okay. 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 Gott dauert das lange. 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 Okay, ich frag mich wie tief wir da kommen können. Scho. 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 Oh. So, und was hat der hier zu verkaufen? Lava-Bohrer funktioniert schneller mit besonderer... Okay, der schneidet das. Der bricht Eis- und Frostgestrahlen in Ressourcen, nimmt Schaden, größere... Okay. So. 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 Okay, dann verkaufen wir mal Gold. So. Hi. Oh Gott, was geht bei dir? Wir spielen gerade Hydro Nier und das neue DLC und das ist alles ein bisschen anders. Nice. Bist du schon oder hast du schon dir das DLC angeguckt? Okay. 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 Komm mal, vergangter. Ja. Ja, dachte ich auch, einer der Zuschauer hatte dann gesagt, brauchst du gar nicht, weil, ja, und du kannst da so hinfahren und nix mitnehmen. So. Oh oh. Oh oh. Oh oh oh. Oh oh oh. So. Dankeschön fürs Folgen. Ja, aber das mit den Mods, das kommt bestimmt noch alles wieder. Ja, das dauert halt immer, das ist, das Patch und so weiter ist ja erst vor zwei Tagen rausgekommen, also wundert mich jetzt nicht und vor allem ist es Wochenende, also dauert das eh dann immer noch ein bisschen länger mit den Mods und so weiter. Ja. 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 Und dann geht es weiter. Das war's für heute. So. 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 Oh Gott. 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 Oh. Oh Gott. 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 Oh. Oh. Oh Gott. 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 Oh. Oh Gott. 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 Oh. 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 Oh Gott. 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 Oh. 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 Oh Gott. Oh. 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 Oh.